Your task as IT-Digitalization-Managers is to shape the economy and the society of the future. Die Welt 2024, Artificial Intelligence is everywhere. Unternehmen sind data-driven und software-defined. Systeme analysieren und entscheiden. Sensoren, Digital Twin und Simulationen bilden die Welt ab. Wie viel Mensch braucht die moderne Wirtschaft überhaupt noch? Nicht die Technologie schafft eine lebenswerte Zukunft, sondern wie sie vor Menschen eingesetzt wird. Unternehmen, die heute erfolgreich sein wollen, ersetzen nicht den Menschen durch die künstliche Intelligenz, sondern sie schaffen eine Human Experience. Das Motto des Confares CIO Summit 2024 lautet also Human Experience, Stand out of the crowd. Human Experience, Stand out of the crowd. Stand out of the crowd bedeutet, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sinnstiftende Arbeit zu ermöglichen und Kundinnen dabei zu helfen, Probleme zu lösen. Stand out of the crowd bedeutet, Organisationen zu schaffen, die Kundschaft, Mitarbeitende und gesellschaftliche Verantwortung im Fokus haben. Stand out of the crowd bedeutet, mehr zu bieten als mit ChatGPT generierte Standardien. KonFAR CIO Summits are among the most important IT management meeting points in the DAC region. Wir freuen uns, Sie persönlich zu begrüßen. We look forward to welcoming you in person at the CIO Summits 2024. Human Experience, Stand out of the crowd. Female Power 2024 beim CIO Summit. Music . . . . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020